Diese zu erwerbende renovierungsbedürftige 4-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt in Moos-Inning. Das im Jahr 1971 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 375 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 105 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 399.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gern beantworten Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017